Heute in Brisant bei uns alles recht gesetzt, gleich mehr dazu. Außerdem, warum vor allem Senioren auf der Hut sein sollten. Künstliche Intelligenz kann nämlich Stimmen täuschend echt imitieren. Die Polizei warnt, das revolutioniert den Enkeltrick am Telefon. Und vom Model zur Marke und knallharten Geschäftsfrau Heidi Klum wird 50. Wir gratulieren gleich mehr dazu in Brisant. Ich freue mich. Und ich sage, willkommen zu Brisant an diesem Donnerstag. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Die vergangenen Stunden für die Rettungskräfte entlang der A3 bei Aschaffenburg waren sehr unruhig. Zuerst stoßen zwei Autos zusammen. Für die Bergung und Rettung muss die Autobahn dann voll gesperrt werden. Was dann folgt, ist wie so oft ein langer Stau. Und genau dort passiert der nächste Unfall dann. Verurteilt zu einer langen Haftstrafe und doch auf freiem Fuß? Ja, das hat ziemlich viele überrascht. Nach dem Schuldspruch gestern gegen die linksextremistische Lina E. verließ sie gemeinsam dann mit ihrem Anwalt den Gerichtssaal in Dresden. Warum? Das erklären wir. Und was diese Verurteilung eigentlich so nach sich gezogen hat. In vielen Städten sind nämlich Sympathisanten der Verurteilten auf die Straße gegangen und haben natürlich auch für Chaos gesorgt. Ja, was passieren kann, wenn man nicht aufpasst an Unfallstellen, zeigen diese Bilder hier von einem Highway im US-Bundestakt. Zu unserer nächsten Frage. Ist künstliche Intelligenz Fluch oder Segen eigentlich? Eine überraschende Warnung kam jetzt von hunderten Experten und Firmenchefs, die ausgerechnet mit KI auch Geld verdienen. Sie meinen, dass künstliche Intelligenz das Potenzial habe, die Menschheit auszulöschen. Ähnlich wie ein Atomkrieg oder eben auch Pandemien. Panikmache oder doch eine wichtige Warnung? Wie gut die schlauen Computer schon heute sind, das zeigt ja jedenfalls eine aktuelle Masche von Betrügern. Mithilfe von täuschend echten Stimmen legen sie selbst gestandene Unternehmer aufs Kreuz. Also Vorsicht ist angebracht, durchaus wie Deepfake und der sogenannte Enkeltrick per KI genau funktionieren. Das haben wir auf brisant.de für Sie nochmal zusammengefasst, unser Service für Sie im Netz. Ja, was wäre ein Leben ohne Helden eigentlich oder ohne Heldengeschichten? Gerade die Kleinsten, die Kinder, sehnen sich ja nach mutigen Figuren, die auch Vorbilder sein können. Und Kinderwelt heißt oft auch Fantasiewelt. Besonders heute am Kindertag werden hoffentlich viele Gelegenheit haben, sich ihre Traumwelt auch zu bauen. Ja, und einer, der das auch in der Realität macht, ist ein Fledermausmann tatsächlich im beschaulichen Allgäu. Ein knappes Jahr hat es gedauert herauszufinden, was der Grund war für das Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen mehr jetzt. Model, deutscher Exportschlager, knallharte Geschäftsfrau Heidi Klum feiert runden Geburtstag. Mehr dazu jetzt im Brisant-Prominenz. Wenn man Freunde oder Bekannte von ihr fragt, hat denn Heidi Klum auch mal schlechte Laune? Kommt meist ein Nein, nie. Und in der Tat, Heidi Klum scheint jede Menge Kritik einfach wegzulächeln, ist hochprofessionell. Und in den USA ein größerer Star als hier bei uns in Deutschland. Und in all den Jahren machte sie ihren Weg mit Männern, mit ihren Kindern, mit Shows und ist immer noch da. Übrigens schöner und freier denn je. Erst recht heute an ihrem 50. Geburtstag. Und apropos Zeit, Kinder, wie die Zeit vergeht, sagt sich manchmal bestimmt auch die Band Silbermund. 25 Jahre ist es her, dass sie als Schülerbände angefangen haben. Ja, dann ging es Schlag auf Schlag, Erfolge und Songs, die nicht mehr aus dem Ohr gehen, wie dieser her zum Beispiel. Selbst in der Pandemie sind Silbermund nicht einfach abgetaucht, sondern haben weitergemacht, so gut das eben ginge. Jetzt kommt die Band mit dem ersten Album nach der Corona-Zeit. Wir haben Silbermund in Berlin getroffen. Der Ehrendurchbruch im Kino hatte Anna-Maria Sturm mit dem Film Beste Zeit. Das war 2007. Inzwischen hat sie auch in Fernsehfilmen und Serien gespielt. Jahrelang im Polizeiruf 110 in München. Heute kommt ein Film ins Kino, auf den sie sich ganz besonders freut. Und das Rätsel heißt er und der Cast ist international und wie die Dreharbeiten waren und was es sonst noch Neues gibt bei ihr, wollten wir natürlich wissen. Es gab einen feierlichen Termin heute für William und Kate und die beiden waren bei weitem nicht die einzigen Royals. Unsere Promi-News genau jetzt. Kennen Sie das noch? Ja, das ist schon, muss man sagen, eine ganze Weile her. Seit mehr als 50 Jahren gehört er zur deutschen Schlagerstar-Elite. Und das, obwohl er eigentlich Engländer ist. Na sowas. Graham Bonny. Morgen feuert er 80. Geburtstag. Und sein Glück hat er nicht nur musikalisch, sondern auch privat in Deutschland gefunden. Wir haben Graham Bonny deshalb schon mal ganz privat in Kerben in Nordrhein-Westfalen in Soren besucht, vor der großen Geburtstagsparty mehr jetzt. Und wir entspannen jetzt auch so ein bisschen. Das war es nämlich von uns schon. Aber morgen sehen wir uns wieder, Punkt 17.15 Uhr, dann mit Anna Los und auch Florian Silbereisen ist mit dabei. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. Bis dahin.